Grün oder Weiß? Grün, weil Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und das ist die Farbe von Wolfsburg. Couch oder Party? Chillen auf der Couch, weil ich der Familienmann bin. Und ich freue mich wirklich. Kaffee oder Tee? Koffee, Espresso, weil ich ein bisschen Koffein mag. Und ich denke, das ist das Beste für mich. Cola oder Fanta? Nichts, weil ich das nicht trinke. Instagram oder Snapchat? Oh, für mich nichts, weil ich die Social-Media nicht mag. TV oder Youtube? Watching TV. Wenn ich ein Rest zu Hause nehme, würde ich die TV sehen. Kino oder Netflix? Netflix, weil ich in meinem eigenen Haus bin. Und ich freue mich. Pasta oder Pizza? Pasta, weil ich nach dem Spiel denke, das ist das Beste für uns. Süß oder Salzig? Nothing of that, weil ich das nicht mag. Saison oder Urlaub? Holiday. Weil ich denke, wir alle lieben Holiday. Aber wir sind Fußballspieler und müssen die Saison lieben. Lauf oder Krafttraining? Ich mag Jogging, weil das ist mein Typ für Training. Ecke oder Freistoß? Ecke oder Freistoß? Für mich ist das Corner, weil ich denke, ich bin der Beste in der Corner. Favorit oder Underdog? Für mich ist das Favorit, weil wir viele Spiele gewinnen müssen. Meisterschaft oder Pokalsieg? Winning the Championship, weil ich denke, das ist die wichtigste Competition in der Liga. Messi oder Ronaldo? Ronaldo für mich immer. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? Winning 1 zu 0, weil ich nicht die Gute bekommen habe. Und das ist es. Samstag 15.30 Uhr oder Flutlichtspiel? Samstag 15.30 Uhr oder Flutlichtspiel? Saturday am halb past 4, weil man Zeit nach dem Spiel zu resten hat. Und das ist besser für uns. Anzug oder Jogginghose? Wearing a training stuff. Ich mag Schuze nicht. Essen gehen oder selber kochen? I think I like having a dinner most. Date mit der Freundin oder Fußballabend mit den Jungs? Both of that I think I like both. Debüt in der Europa League oder in der U21? I think the Europa League for me is the bigger competition. Assist oder Tor? For me assist is the better, but for the strikers I think the goal is the best. Startelf oder Jokertor? Starting 11 for me. Fisch oder Fleisch? Fish. I like fish the most and I think that's better for us. Maximir Park or Stadtpark Bundek? For me Maximir Park, because I played at the Dynamo near the stadium. Chupavci or Cevapcici? Chupavac, but I think we don't have to eat anything of that. H yêu am die Tate! Candidate. Und Ky earned, amounten.